Tagi. Bei Tagi schlüpft ihr in die Rolle eines Ima-Scherren, eines Adeligen und Anführers eines Torek-Stammes. Als solcher treibt ihr Handel und versucht mit Salz, Pfeffer, Datteln und Gold Siegpunkte zu erhalten und Verbesserungen zu erwerben. Dazu werdet ihr immer abwechselnd eure Spielfiguren auf eines der Randfelder setzen und somit Aktionen auslösen. Das Knifflige dabei ist, dass ihr Felder, die gegenüber einer gegnerischen Figur liegen, nicht besetzen dürft. Ihr versucht euch also auch immer in den Gegner hineinzudenken, um ihm zuvorzukommen. Die Aktionskarten am Rand sind dabei immer fix. Die Karten in der Mitte bestehen allerdings aus Stammes- und Warenkarten, die ständig wechseln. Nachdem alle Spielfiguren gesetzt wurden, werden die besetzten Randkarten ausgewertet und ausgehend von den eigenen Spielfiguren ermittelt man auch noch die Kreuzungspunkte und so welche Karten zusätzlich für die Spieler noch gewertet werden. So bekommt ihr zum Beispiel solche Stammeskarten, die euch am Ende des Spiels Punkte bieten oder auch während des Spiels Vorteile verschaffen. Oder ihr erhaltet Waren, die ihr wiederum benötigt, um andere Aktionen durchführen zu können oder eben solche Stammeskarten zu kaufen. Neben dem gibt es auch noch einen Räuber, der jede Runde ein Feld blockiert und von Zeit zu Zeit sogar die Mitspieler überfällt. Ihr seht, Tagi ist ein Spiel mit recht einfachen Regeln, das aber unterschiedlichste Aktionsmöglichkeiten bietet, die es gilt geschickt miteinander zu kombinieren. Tagi, ein Spiel für zwei Spieler ab zwölf Jahren. Viel Spaß beim Spielen!